Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal Pixel. Wir spielen heute Minecraft Murder. Das ist ein Spiel, also Minecraft Server auf dem Mindwechsel, äh, Spatschhaltig, Hypixel Server. Wo es einen Mörder gibt, einen Detektiv und Innozenz. Für Innozenz dann ein Gold, und wenn man 10 Gold hat, kriegt man einen Bogen und einen Fall. Der Detektiv hat einen Bogen, der unendlich aufschießt, und der Mörder hat ein Schwert. Ja. Der Mörder gewinnt, wenn Erle umbringt, der Detektiv und der Innozenz gewinnt, wenn der Mörder stirbt. Oh, das ist schon gleich passiert. Muss ich ihm jetzt mal zugucken. Okay. Jetzt macht er irgendwie keine Kids mehr. An dem es jetzt arg vorbeigehört ist. ... ... ... Ja, das war ein Problem. Ich weiß nicht, dass das meine Delfen ist. Ja, das war's. Ah, ich glaube also, dass er nicht so weit ist. Ja, der hat doch den Boden. Ja, der hat doch den Boden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020